Hallo Leute und Willkommen zurück. Ich bin wieder euer Jan und ja, wir spielen jetzt mal Abschluss bestätigt auf der Map Raid. Ich, ah, täuschtig sein mit Schnellschussshotgun. Ich spiele die Type mit Schnellziehrgriff und Reflex. Hab wieder Drohne, Konterdrohne und Blitzschlag mit und ja. Ich spiele wieder mit Rape, halt den Freund von mir. Äh, ja. Mal gucken wie es jetzt läuft. Machen einsammeln. Nein, ja, schön. Failing gehabt, aber trotzdem noch gekült. Okay, gerade trifft hier mal gar nichts. Alter. Okay, danke. Teammate, nein. Schade. Mal gucken, was wollte ich haben. So, mein Drohne raushauen. Oh, läuft gerade gut für mich. Weg hier. Nein. Wie ich nicht getroffen hab, ey. Oh, ja, ich weiß gar nicht über was ich reden soll. Ich kann ja mal über meinen Tag heute reden. Auch wenn da nix fehlt. Ja, wie immer genau. Äh, ja. Ähm, ja. Ich war heute auf dem Turnier in Dortmund, also Basketball-Turnier. Sind leider nur vierter Platz geworden. Wir haben auch ein paar Spiele ziemlich, ähm, am Ende ziemlich verkackt. Und, äh, teilweise lag es auch ein bisschen an den Chiris, weil sie ein bisschen doof gefiffen haben. Aber, naja. Zumindest sind wir nicht letzter. So, schon wieder eine ganze Zeit fail, ey. Mein Gott. Wir treffen nix. Jetzt zumindest nicht mehr. System 1. Geil. Granate. Ah. Abschuss bestätigt. Nein. Okay, der Shotgun-Spieler nervt ein bisschen. Ich finde halt... Oh, wir haben Orvi. Hat den dann geschafft. Ähm, ich finde Shotgun halt ziemlich scheiße. Ich schätze mal werde ich nicht der einzige sein, weil einfach die Einschuss-Shotguns, also hier die Remington und die Kuz, ja, trifft noch weniger, Jan. Äh, und die KSG kannst du einfach teilweise über die halbe Map schießen und, äh, killst die Jan auch noch One-Hit. Die Schnellschuss-Shotguns, eh, da schießt du so schnell mit. Ja. Da war der Shotgun-Robbie wieder. Oh, okay. Ich bin zur Drohne gekommen. Ist doch schon mal was. Oh, Semtex-Kill. Ah, schon wieder nicht treffen. Ich zack mal, glaube ich, mit der M.T. Wie immer mit, oder auch nicht. Ja, das ändert sich gleich. Wie immer mit Schalli und Vollmantel. Ja. Hat der Feuermodus wahrscheinlich drauf. Ja. Ja, Feuermodus ist schon was schönes bei den 3-Schuss-Waffen. Ich glaube, ich mache die auch ein bisschen stark. Ja. Ich kann einfach nicht treffen. Hm. Dragonfeuer. Gegner sollten mal Dragonfeuer haben, ey. Kann ich die kaputt machen? Ich dachte schon, jetzt sterbe ich. Aber das war schon wieder ein bisschen... ...Fail. Komm. Ah, schade. Kein Double. Vielleicht geh ich den noch. Yay. Ja. Niferunder gekillt. Nice. Ah, schade. Hätte ich vielleicht auch erst nachladen wollen. Aber ich dachte, der kommt jetzt direkt... ...hinterher. War dann wohl doch nicht so. Nein. Ach Gott. Meine Marke, Tobi. Die darfst du nicht haben. Oh, wie läuft's denn bei dir? 13.11. Okay. Vom DIN Wächter. Ja. Manchmal meine Pistole kaputt. Tatsächlich keine Muni mehr für die MTA. Oder einfach mit der Zemtex. Ja, vielleicht hätte ich schon eher eine Zemtex drauf schießen sollen. Äh, drauf werfen sollen. Wäre vielleicht etwas schle... ...schlechter genau. Schlauer gewesen. Schlauer gewesen. Ah ja. Mit das... Scorpion im Nahkampf gegen Sturmgewehr ist es... ...mit Sturmgewehr. Es ist ziemlich schwer gegen anzukommen. Wenn die Scorpion... ...auf nahe Distanz wirklich schon... ...find ich auch OP ist. ...auf Granate geht raus! Hm. Granate! Bewegung! Abschuss bestätigt. Verbündete Drohne näher zu. Nein. Blitzschlag. Oh, ich hab'n Blitzschlag überlebt. Abgeschossen. Abschuss bestätigt. Hat der Shot... ...Hat die Shotgun mich mal nicht gekillt? Drohne erwartet bis hin. Drohne näher sich. Ja, das ist gar ein bisschen doof. Vielleicht ich... ...gar nicht weiß worüber ich reden soll. Ich glaube aber gerade wieder nur Scheiße. Aber... ...okay... ...besser Scheiße als gar nichts. Würde ich mal sagen. Abschuss bestätigt. Nein. Lass mich in Ruhe. Konter Drohne in Bereitschaft. Lass mich in Ruhe. Nein. Ich werde mit... Ah. Nur am Fail. Nein. Blitzschlag. Es wundert mich gerade, dass ich nicht getroffen werde von den Blitzschlägen. Alter, mich nicht mit Pistols schafft zu killen. Ja, danke. Die Rettung. Okay. Geschütz. Ich glaube, das Geschütz werde ich jetzt mal kaputt machen. Fürs Granate. Scheint jetzt schon kaputt zu sein oder das... Ich weiß jetzt gar nicht, geht das direkt kaputt von der Flash. Das wäre neu für mich. Nachdem ist einer. Da hinten ist einer. Schade, ich wollte eigentlich die letzte Abschlusskammer machen, hätte ich auch fast geschafft, aber naja, egal, ich lasse es nochmal wieder laufen, wie immer, weil ich es kann. Ja, Spiel 25.14 ausgegangen, ich verabschiede mich jetzt schon mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, ne, noch schön ins Ende laufen lassen, und ja, ciao.